Horoskop für heute, Waage, 2. Oktober 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sonne und Merkur stehen heute in ihrem Zeichen in einer Linie, und schon bald wird in nur zwei Tagen eine Sonnenfinsternis in ihrem Zeichen stattfinden. Es kann eine Zeit stärker geistiger Energie sein, aber bald wird es mehr um Intuition gehen. Heute kann das Aussprechen Ihrer Wünsche im Mittelpunkt stehen. Tatsächlich können Sie sich dazu betrieben fühlen, sich auszudrücken. Sie können wichtige Erkenntnisse, Offenbarungen und Klärungen erleben. Eine Idee kommt zur vollen Entfaltung, oder die Informationen, auf die Sie gewartet haben, treffen ein. Möglicherweise sehen Sie Details, die Sie in der Vergangenheit übersehen haben. Sie neigen dazu, etwas zu bewirken, oder andere scheinen über Sie zu sprechen. Es könnte auch Gelegenheiten geben, mit hilfsbereiten Menschen in Kontakt zu treten. Obwohl es eine Zeit geistiger Erneuerung und gesteigerter Entschlossenheit ist, achten Sie darauf, in Situationen, die heute mehr Sensibilität erfordern, nicht zu objektiv zu sein. Aus kosmischer Sicht ist der heutige Tag ziemlich spektakulär. Sie werden einen unglaublich klaren Himmel sehen. Von allen Sternzeichen wird Ihnen außerdem das außergewöhnlichste Glück zuteil. Der mentale Merkur, der wie ein Heißluftballon durch Ihr Sternzeichen schwebt, nährt sich der mächtigen Sonne und durchquert gleichzeitig Ihr Solarhaus der Identität. Dies garantiert Ihnen bedeutende mentale Durchbrüche und einen sehr aktiven Tag. Hören Sie auf Ihre Intuition und denken Sie tief darüber nach, wo Sie in Ihrem Liebesleben stehen. Sie erhalten die Gelegenheit, sich für das einzusetzen, was Ihnen am wichtigsten ist. Sagen Sie die Wahrheit. Normalerweise vermeiden Sie es, in Ihrem Arbeitsleben Unruhe zu stiften. Wenn die Sonne in Ihrem Zeichen mit Merkur in Konjunktion steht, können Sie jedoch eine Balance zwischen dem Sagen dessen, was gesagt werden muss, und dem friedlichen Führen des Gesprächs finden. Der Beginn Ihrer Arbeitswoche ist der perfekte Zeitpunkt, um die Dinge klarzustellen. Sie könnten heute ruhig Ihre Grenzen, Erwartungen und mehr darlegen, ohne Unruhe zu stiften. Seien Sie offen und direkt bezüglich Ihrer Pläne, damit es während der restlichen Arbeitswoche zu keinen Missverständnissen kommt. Sie betrachten gerne beide Seiten eines Problems und kommen gerne mit anderen aus. Mit anderen Worten, Sie wirken normalerweise nicht stur. Allerdings besteht die Tendenz, zu schnell von einer Idee zur nächsten zu wechseln, sodass Sie möglicherweise nicht einmal Ihre eigene wahre Meinung kennen. Beteiligen Sie sich an Dingen, die Zeit in Anspruch nehmen. Kochen ist ein guter Anfang. Kochen Sie etwas, das ein wenig kompliziert, aber köstlich ist, und genießen Sie das Ergebnis. Es gibt immer Momente der Ruhe vor dem Sturm. Das ist es, was die aktuellen Schwingungen Ihnen beibringen. Seien Sie auf große Veränderungen in Ihrem Gefühlsleben vorbereitet und versuchen Sie, angesichts der Ungewissheiten des Lebens in den kommenden Tagen Ihre Gelassenheit zu bewahren. Auch wenn die Atmosphäre etwas aufgewühlt ist, zögern Sie nicht, sich zu entspannen und offener zu sein. Auf diese Weise vermeiden Sie nutzlose Konflikte und können Ihre innere Harmonie schnell wiedererlangen. Als die Sonne vor sieben Tagen einen nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskops verließ und in die Waage eintrat, um Ihren Geburtstagsmonat und das neue Solar zu beginnen, ließ sie Merkur zurück. Als Merkur jedoch drei Tage später verschwand, hörte die gesamte Planetenaktivität in diesem Bereich auf. Da keine weiteren Planeten in die Waage zurückkehren und nur noch drei Tage entfernt ein Neumond mit Finsternis ist, sind Sie nun bereit, die Zukunft anzunehmen. Während der Mond seinen monatlichen Besuch in diesem nachdenklichen Teil Ihres Horoskops macht, nutzen Sie die Gelegenheit, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen, bevor Sie alte Türen schließen. Was eine Ausrichtung zwischen der Sonne und Merkur, dem Planeten der Kommunikation, die heute in der Waage beginnt, so bedeutsam macht, ist der Zeitpunkt. Sie kommt genau zu dem Zeitpunkt, als beide die Mondknoten überqueren, die im Jahr 2024 ein Gleichgewicht zwischen ihren eigenen und ihren Beziehungsbedürfnissen überwachen. Dies bringt die Sonne in ein Gleichgewicht zwischen ihren eigenen und ihren Beziehungsbedürfnissen, gerade als die Chance besteht, beiden eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick Wenn die Sonne mit Merkur in der Waage zusammentrifft, bringt dies einen wunderbaren Moment der Klarheit, der Ihnen helfen kann, Ihren nächsten Schritt zu gehen. Es ist, als ob sich der Nebel lichtet und Sie plötzlich genau wissen, was zu tun ist. Egal, ob Sie mit einer Entscheidung gerungen haben oder sich einfach nur unsicher über Ihre Richtung sind, diese kosmische Ausrichtung erhält den Weg nach vorne. Und was noch besser ist, diese Klarheit wird wahrscheinlich ein Gefühl von Gleichgewicht und Harmonie in Ihr Leben zurückbringen, ein dringend benötigter Hauch frischer Luft nach einer Zeit der Verwirrung oder Anspannung. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie einfach nicht aufhören konnten, mit jemandem in Ihrer Nähe aneinander zu geraten, nur um später zu erkennen, dass ein ruhiges Gespräch genügte, um die Bogen zu glätten? Kommunikation ist gerade jetzt der Schlüssel zum Erfolg, besonders mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind. Wenn Sie frustriert oder angespannt sind, ist dies der perfekte Moment, um sich zu öffnen und mitzuteilen, was Sie belastet. Ein aufrichtiges Gespräch kann wahre Wunder bewirken, um die Bogen zu glätten, und Sie werden feststellen, dass die Menschen verständnisvoller sind, als Sie vielleicht erwartet hätten. Wenn Sie den Druck sehen, unter dem Sie standen, werden Sie eher bereit sein, Sie zu unterstützen, und Ihre Bindung wird dadurch stärker. Für mich persönlich bietet der heutige Tag auch eine großartige Gelegenheit, sich etwas zu gönnen, was Sie dringend brauchen. Haben Sie sich in letzter Zeit zu sehr angestrengt, vielleicht Ihre Gesundheit vernachlässigt oder sich verausgabt? Wenn wir im Trubel der täglichen Verpflichtungen gefangen sind, ist es so leicht, die Grundlagen zu übersehen, wie unseren Körper mit gesunder Nahrung zu versorgen, sich ausreichend auszuholen oder sich Zeit zum Entspannen zu nehmen. Aber die Energie des heutigen Tages fördert die Ausgeglichenheit und erinnert Sie daran, langsamer zu machen und auf sich selbst aufzupassen. Denn wie können Sie für die Menschen da sein, die sich auf Sie verlassen, wenn Sie am Ende Ihrer Kräfte sind? Versuchen Sie, ein wenig Spaß und Entspannung in Ihren Tag einzubauen, sei es ein Spaziergang im Park, Ihr Lieblingsrubbi oder einfach das Entspannen mit einem guten Buch. Wenn Sie sich Zeit zum Entspannen nehmen, tanken Sie nicht nur neue Energie, sondern können auch Ihren Geist entspannen. Dadurch fällt es Ihnen leichter, in Ihren Beziehungen, Ihrer Arbeit und Ihren persönlichen Projekten voll präsent zu sein. Apropos Projekte, heute ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um Ihre Kreativität zu nutzen. Egal, ob Sie etwas Neues beginnen oder eine bestehende Leidenschaft wieder aufleben lassen, Ihre Vorstellungskraft strotzt vor Potenzial. Sie fühlen sich vielleicht inspirierter als sonst. Warum also nicht diesen Funken Kreativität nutzen, um etwas Aufregendes zu starten? Haben Sie eine Idee lange im Kopf und auf den richtigen Moment gewartet, um Sie zum Leben zu erwecken? Die heutige Konstellation gibt Ihnen grünes Licht. Vertrauen Sie Ihren Instinkten, verlassen Sie sich auf Ihre natürliche Autorität und führen Sie andere mit Anmut. Ihre Führungsqualitäten kommen gerade jetzt gut zur Geltung, aber denken Sie daran, ein guter Anführer zu sein bedeutet nicht, überlegen zu sein oder die Kontrolle zu haben, sondern anderen Macht zu verleihen. Wenn Sie Ihr Wissen teilen und Unterstützung anbieten, helfen Sie allen, sich zu verbessern und schaffen eine Win-Win-Situation, von der alle profitieren. Hatten Sie jemals einen Mentor oder Anführer, der Ihnen das Gefühl gab, geschätzt und kompetent zu sein? Sie haben heute die Chance, diese Person für jemand anderen zu sein.